Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Suolong zu Finas Kleid. Heute steigen wir ein und fangen an mit dem Detail an Finas Kleid und zwar mit diesen wunderschönen Wiesen. Und ich habe das Video relativ ausführlich gehalten, damit ihr auch wirklich jeden Schritt seht, den ich mache und damit ihr euch hinterher auch sicher seid beim Nähen und da keine Angst davor habt. Denn das ist doch immer noch so eines der Themen, das sehr sehr häufig kommt als Frage und ja, ich möchte einfach, dass ihr euch da sicher fühlt. Ich werde in dem Video einmal die Variante ohne Hilfsmittel zeigen und dann noch einmal die Variante mit dem Biesenfuß. Und ich werde auch unten in der Infobox verlinken, wann es mit welcher Variante losgeht, damit ihr auch vorspulen könnt, wenn ihr wollt. Genau und das war es dann jetzt auch schon als Vorrede und wir steigen gleich mal ein. Also viel Spaß beim Video. Also auf geht's ans Biesennähen. Und Finas Kleid bringt ihr am Vorderteil sechs Biesen mit und am Rückenteil sind vier Biesen zu nähen. Ich fange jetzt mal an mit dem Anzeichnen der Biesen. Und das gilt jetzt auch für die Variante ohne Hilfsmittel zu nähen oder auch mit dem Biesenfuß zu nähen. Genau, so sieht das ganze Vorderteil aus. Du hast auf der einen Hälfte eben immer drei Biesen und eine Biese besteht aus drei Linien. Und diese Mittellinie dort, die werden wir jetzt auf den Stoff übertragen. Und dazu nehme ich immer das Kopierpapier. Als erstes wird der Stoff ausgebreitet und dann kommt das Kopierpapier drüber. Ach ja, auf jeden Fall. Also den Stoff auch so vorbereiten, dass er gebügelt ist und schön glatt ist, dass da eben nichts falten wirft. Damit alles schön genau übertragen werden kann. Genau, also dann kommt oben drauf das Kopierpapier und darauf wird das Schnittteil vom Vorderteil gelegt. Man kann das Ganze jetzt natürlich auch nochmal fixieren, also mit Nähgewichten oder eben mit Stecknadeln, damit auch wirklich nichts verrutscht. Und nun einmal entlang dieser mittleren Linie entlangfahren und zwar von oben bis nach unten. Und unten ist ein kleines Sternchen am Ende der Biese. Bis dahin wird dann auch die Biese abgenäht. Der Rest ist dafür da, dass der Stoff so ein bisschen aufspringt und eben die Biese schön fällt. Und damit hast du dann jetzt auch die ersten drei Biesen des linken Vorderteils auf den Stoff kopiert. Und es ist so, dass je nach Papier natürlich das besser zu sehen ist oder schlechter zu sehen ist, die Markierung der Biese. Wenn es dir nicht ausreicht, dann geh einfach nochmal mit ein bisschen Schneiderkreide nach und zieh die Linie nochmal nach. Ich mach's immer so, dass ich, weil es ja immer so ein bisschen vom Stoffmuster abhängt, wie man das Ganze so sieht, ich messe das auch immer gerne nochmal nach. Und genau, markiere mir eben das Biesenende dann auch immer nochmal mit einer Stecknadel, dass ich wirklich sicher bin, dass ich da die richtige Länge habe und dass eben auch alle Biesen gleich lang sind. Denn du machst ja dann auf die andere Seite auch die drei Biesen und da sollen ja dann die passenden Biesen auch immer gleich lang sein. Also soll ja symmetrisch aussehen. Viel erzählt, aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Genau. Ja. Ich zoome das Ganze jetzt auch nochmal rein. Da sind jetzt die untere Markierungen der drei Biesen. Und hier sieht man die Biesen auch relativ gut. Das ist in Natura noch besser zu erkennen als jetzt hier auf dem Video. Klar, falls es eben nicht gut zu sehen ist, dann zieh sie nochmal nach, die Linien. Jetzt geht es weiter auf die rechte Seite des Vorderteils. Und jetzt sieht man hier auch schon ziemlich gut die durchgedrückten Linien, die wir da eben reingeradelt haben. Deswegen mag ich auch das Rädchen so gern. Und jetzt wird es hier eigentlich genauso wie auf der anderen Seite gemacht. Also der Stoff kommt ganz unten hin, dann kommt obendrauf der Bogen des Durchschlagpapiers und dann obendrauf das Schnittteil. Und nun kannst du dir natürlich hier nochmal die Biesen auf der Rückseite nachzeichnen. Aber mit dem Kopierrädchen hat man die eigentlich die Linie richtig schön markiert und kann jetzt eben hier auch wieder ganz einfach nachfahren und die Biese auf dem Stoff markieren. Genau, jetzt sind die drei Biesen wieder auf der rechten Seite markiert. Und jetzt fange ich wieder mit dem Messen an. Und zwar mache ich das jetzt so, dass ich die Biesen von der linken Seite vom Vorderteil immer ausmesse und das dann eben am Strich auf der rechten Vorderseite markiere. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und so ist es eben auch so, dass nachher die Biesen vorne gleich weit abgenäht sind. Das ist auch die Möglichkeit, wo man das dann selber ein bisschen variieren kann, wenn dir die Biesen eben zu lang sind oder auch zu kurz. Also dann kannst du da das Ganze auf die Art und Weise eben auch verlängern oder verkürzen. Und jetzt kommt der totale Nerd durch. Jetzt fange ich eben auch immer nochmal an. Jetzt habe ich halt hier dieses Muster und ich möchte, dass es gleich ist und fange wirklich an, das nochmal abzumessen. Das jetzt aber wirklich nur, weil ich in dem Fall jetzt sehr, sehr millimetergenau arbeiten wollte. Man sieht das bei dem Muster eben wirklich sehr, sehr gut, wenn die Biesen nicht gleich hoch sind, sodass ich hier nochmal ein bisschen nachjustiert habe, damit es am Ende eben schön in einer Höhe endet. Als erstes zeige ich jetzt die Variante des Biesennähens ohne Hilfsmittel. Und als erstes möchte ich nochmal einen Blick auf eine Biese werfen. Und zwar hier mal auf die mittlere von den dreien. Eine Biese besteht aus drei Strichen und diesen mittleren Strich, der ist ja gerade auf den Stoff übertragen worden. Und jetzt wird der Stoff genommen und an genau der Linie einmal gefaltet. Und zwar links auf links, sodass jetzt die rechte Seite außen ist. Und nun wird die Biese entlang dieser Linie abgenäht. Also du siehst jetzt hier oben auch, dass das genau mit dem Ausschnitt dann abschließt. Diese Ecke da oben wird hier abgenäht. Und von da oben wird einmal entlang dieses Striches bis nach unten zu dem kleinen Kreuzchen die Biese zugenäht. Oder abgenäht, wie man es nimmt. Genau. Diese zweite Linie ist zweieinhalb Millimeter weg. Also eine Biese ist fünf Millimeter Stoffbreite. Genau. Also du kannst jetzt diesen Strich einmal auf den Stoff übertragen. Und dann eben da entlang abnähen. Und das geht ganz einfach mit einem ganz normalen Nähfuß. Genau. Dafür muss eben diese Linie angezeichnet sein. Und dann wird das Ganze einfach mit einem Geradstich dort lang abgenäht. Und zwar auch bitte gut verriegeln. Gerade unten, wo die Biese zu Ende ist, bei dem Kreuzchen. Aber auch oben. Also nur mal so als Beispiel. Variante 2, das ist so meine Lieblingsvariante, finde ich um einiges genauer. Die funktioniert dann, wenn deine Nadel verstellbar ist an der Maschine. Also es funktioniert bei mir. Ich kann die jetzt eben hier um zweieinhalb Millimeter versetzen. Das ist bei mir hier der Blindstichfuß. Und dann ist die Nadel eben, normalerweise kommt die ja direkt an dieser Führungsschiene darunter. Dann nähe ich natürlich keine Biese ab. Also wird die jetzt versetzt um diese 2,5 Millimeter. Das habe ich abgemessen. Und dann brauche ich nämlich keinen Strich aufzumalen, sondern kann den Stoff mit der Bügelkante einfach schön an dem Nähfuß entlang ziehen. Und ja, nähe dann trotzdem automatisch in 2,5 Millimeter eben die Biese ab. Eigentlich hat jede Nähmaschine irgendeinen dieser Füße in der Grundausstattung mit dabei. Schmalkantenfuß heißt der auch, wie gesagt, bei mir ist es der Blindstichfuß. Das ist ja, wenn ihr mich verfolgt, wirklich auch einer meiner meistgenutzten Nähfüße mit. Und ja, das eignet sich auf jeden Fall gerade hierfür auch total perfekt. Genau, hier sieht man, ich habe zum Beispiel den Strich ein Stückchen zu weit reingesetzt. Ja, klar, die Schneiderkreide ist eben auch ein bisschen dicker. Und damit fällt es meistens ein bisschen schwieriger, das so präzise anzuzeichnen. Da ist mein Biesen, also nicht mehr Biesen-Nähfuß, sondern der Schmalkantenfuß hier deutlich präziser. Ja, du siehst, das Biesenabnähen ist eigentlich mit beiden Varianten nicht wirklich schwer. Das Bügeln ist halt manchmal lästig. Und das entfällt nämlich komplett, wenn du mit dem Biesenfuß nähst. Und hier nochmal die Biese. Der mittlere Strich ist ja auf das Kleidungsstück oder auf den Stoff schon übertragen worden. Und jetzt nähst du eben ganz einfach mit dem Biesenfuß einmal an diesem Strich entlang. Also so, dass der Strich in der Mitte vom Biesenfuß ist. Die passende Zwillingsnadel näht dann eben rechts und links in den Stoff und formt die Biese. Denn die Rückseite wird so ein bisschen verkettelt und der Stoff schiebt sich nach oben und die Biese formt sich eben richtig schön raus. Hier ist schon mal eine mit dem Biesenfuß genähte Biese. Und ich zeige dir das jetzt einfach mal an der zweiten Biese. Und ja, ganz einfach, die Biese ist auf den Stoff übertragen. Und nun wird einfach oben angelegt, ja, die Enden schön rauslassen vom Faden. Da brauchst du auch gerne ein bisschen mehr Faden, weil durch das Verketteln da gerne der Faden zurückgezogen wird. Also lass da ruhig viel Faden hinten raus. Und nun nähst du einfach über den Strich rüber. Den Strich in der Kerbe und die Zwillingsnadel macht jetzt ihre Arbeit. Du siehst da hinten schon, wie die Biese so richtig schön geformt hinten rauskommt. Und das ist eben wahnsinnig einfach und easy und ja, schnell vor allen Dingen. Und das Bügeln entfällt. Und gerade bei leichteren Stoffen, zum Beispiel jetzt bei Viskose, bei den Geschichten, ist das ja dann doch auch nicht nur lästig im Sinne von, dass man es machen muss, sondern manchmal auch einfach ein bisschen schwierig, das Ganze so schön parallel hinzukriegen, damit die Biesen nachher auch schön parallel liegen. Und damit wäre eine Biese schon gemacht und nun wird halt einfach der Faden wieder rausgezogen und zack, kannst du dich an die dritte Biese im Vorderteil ran machen und dann ist doch das Biesennähen einfach nur noch eine Minutensache und geht wirklich richtig schön schnell. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid euch jetzt sicher beim Biesennähen und fühlt euch da wirklich rundum wohl mit. Falls noch Fragen sind, dann schreibt die gerne in die Kommentare oder auch gern an solong.finasideen.com und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Dann geht es um das Kragen und Beleg nähen. Genau, also bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis dann!